Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Korrekturvorlesung. Warum Korrekturvorlesung? In der siebten Vorlesung zur Parapsychologie hat sich bei dem Thema Treppen im Wald das Fehlerteufelchen eingeschlichen, und zwar auf den Folien 19 und oben 20. Da habe ich über die Einstein-Rosenberg-Brücke berichtet. Die gibt es aber de facto einfach nicht. Es muss natürlich korrekterweise Einstein-Rosen-Brücke heißen, denn das waren die beiden Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben. Wie gesagt, das betrifft die Folien 19 und hier nochmal auf der 20 oben. Da ist mir leider Einstein-Rosenberg-Brücke durchgerutscht. Ja, und die Gelegenheit möchte ich nutzen, an Dr. Rosenberg, meinen Dozenten, schöne Grüße auszurichten, falls Sie das Video sehen. Sie sehen, ich habe sie nicht vergessen. Ich habe sie sogar unbewusst in meine Vorlesung mit eingeflochten. Und ich hoffe, Sie verzeihen es mir, aber muss ich den Namen natürlich korrekterweise in Einstein-Rosenberg ändern. Aber da Sie ja auch mal für wissenschaftliche Genauigkeit standen, werden Sie mir das, denke ich, durchaus verzeihen.